Herzlich Willkommen zurück zu Investation Survivor Story und mit dabei ist auch wieder der Ivan als Eraser und der Orca 24B. Ja jetzt wird es langsam wieder hell, ihr seht es. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Im dunklen Wald sind wir gerannt. Das auch, ja. Ich habe ein Gewehr gefunden. Was für ein Gewehr. Ja, das ist übrigens hier dieses man braucht, wenn man was aussieht wie eine Axt. Ja, das Harvesting-Tool. Das braucht man, wenn man... Achso, ich dachte, der sagt M107. Hätte ich ihn erschlagen. Warum? Ja, M107 ist ein Sniper. Schau mal da, hier unten ist ein Cricket-Schläger. Brauche ich ja nicht. Alles klar. Ob ja, jetzt... Ob ja eine Axt. Oh, da vorne. Oh, da vorne. Oh ja, ganz schön verändert sogar. Also noch eine Baustelle. Jetzt mal ganz ehrlich, wie lange ist es her seit Investation gemacht? Drei Jahre? Äh, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist... Der ist ja zwei Jahre auf jeden Fall, oder? Ja. Kennst du noch die Bilder, wo die Zombies durch die Fensterscheiben schlagen und so? Oh ja. So schaut das Spiel natürlich aus, so ist das Spiel nicht. Aber trotzdem. So, erst die Baustelle. Erst die Baustelle, Freunde. Ja, geht nach die Baustelle. Nee, Daniel, du auch. Alle. Alle. Nee, ich möchte... Nein, weil ihr ja... Eine Baustelle... Hier mal um. Du auch. Ja, du gehst zur Polizeistation, du Arsch. Ach, Cola? Ja, du gehst zur Polizeistation, du Arsch. Ja, du gehst zur Polizeistation. Ja, du gehst zur Polizeistation. Ja, eigentlich Zombies. Oh, der Zombie hat eine Krüger... fallen lassen. Ja. Aua. Du hast mir eine gezwiebelt. Nadelpistole. Und? Irgendwas Interessantes, Daniel? Ja? Ja. Zum G-Munition liegt da in den Raum. Für den G? Hier liegt noch eine B-92-Pistole. Oh. Ich hier auch. Ich hab zu viel Gewicht. Musi-Munition-Moment. Ah. Eiko. Ja. Ja, ich muss irgendwas raus... Verdammt. Liegt da noch eine Pistole? Ja. Oh, hier liegen auch noch. Was denn? Äh... Mini-Ladestreifen. Ach so. Aber warte mal, ich hab, glaub ich, eine Krüger... Ach, ich kann gar nichts mehr mitnehmen. Echt auch nicht? Ich bin schon voll. Ich muss mal ein bisschen ausmisten. Was weiß ich denn jetzt raus? SMG-20, was war SMG-20? Ähm... Na, ich schmeiß jetzt mal hier die aus. Ah, und die schmeiß ich. Warte mal, die hat... Ladestreifen kann ich... Ah. Ist hier immer raus drin, oder? Ähm... Gute was? Was? Ach so, ihr Larve. Ihr Larve drinnen rum. Jaja, ein bisschen. Hier liegen noch Waffen. Ah. Rucksack breitig. Ich hatte nur noch zwei freien Plätze. Ist die... Na egal. Zombie, 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 Zombie. Die sind aber nicht alle leer. Die Krüger zum Beispiel. Die müssen nicht voll sein. Ja, Krüger kannst du sonst wenig packen. Hehehehe. Manch einer wär froh, wenn er die hätte. Bin ich manch einer? Nein, ich bin... Der... Ivan. Hehehehe. Der P. Ja. Ähm, ja, lass uns mal weiter nach Frosty Pines rein. Polizei Station war auch schon mal besser. Heute nicht unterbrach. Hier hab ich noch ein Paddel. Äh, Paddel hab ich schon. Noch ein... Der Axt. Hab schon einen... Nee, was du hast, mit der kannst du nicht zuschlagen. Kann er schon. Das... Nein. Damit kann er, glaube ich, keinen Zombie verletzen. Noch. Sicher, also ich hatte die Information... Ich hatte die Information, äh, dass man mit dem Ding nichts... Doch, doch. Nur abbauen kann. Nee, nee. Kannst du auch zuhauen. Getestet, ja. Also, es ging mal. Ja. Ich wär mir da nicht so sicher. Schau mal, ein zweites Loothaus. Hast du eine Neubauung, Hans? Ja, das... Ah, das... Du mal gleich ausprobieren. Ja. Beim ersten Zombie. Oh, oh. Geh da mal hier hinten drauf. Ah. So hechtet hier einer. Ja. Alter, am Gleifel meiner Nähe. Das ist nicht gut. Schau. Ähm, Leute? Wollen wir erst rechts und dann links abklappern, oder was? Ja, du kannst ruhig da drüben. Nee, nee. Ich will bei euch bleiben. Ich hab Angst zu sterben. Auch wenn es... Auch wenn es keine Zeit mehr gibt, die man reinhalten muss. Ja. Ein Liter Wasser gefunden. Den werd ich mir gleich mal reinziehen. Oh, ich will auch trinken. Ich hab kein... Doch, ich hab Platz. Losenfutter. Das muss ich mir erst mal wieder aufladen. Lecker, lecker, lecker. Äh, trinken. Äh, Medizin... Wie weit hat das aufgefüllt? Ja, trinke. Ja, komm mal her. Entfernungsmesser. Oh, den hätt' ich gern. Äh, ein B70, ein B37... Süft. Glaub ich beides ein bisschen heilen. Essen und... Äh. Nagelstreifen. Daniel? So, jetzt geht's uns doch schon wieder besser. Da hinten ist die Medizinstation hier links. Ja, ja, ich weiß. Äh, hat einer Müsli oder sowas? Nö. Ich hab ja gerade einen Saft gegeben. Du musst doch erstmal beide Seiten ein bisschen. Wenn, dann würde ich das gleichzeitig einziehen. Ja. Ey, aber es hat noch ein bisschen teilt. Ich hätte gerne eine Müsli-Riegel, Müsli-Riegel, Müsli-Riegel. Ja. Meine Moneten. Na, zieh ich mir auf den Kürbiskopf hauen? Der Zombie steht da. Die lassen aber mittlerweile ganz schön wieder aufs Geld schmeißen, ne? Äh, sind die so hartmängig, oder? Ne. Du musst mal aufhören zu schlagen, dann könnte ich nur töten. Oh. Hab ich doch gesagt mit dem Ding da, tust du den zwar beschäftigen, aber ich glaub töten kannst du nicht damit. Ja. Oh, wie schnell das mit der Axt geht. Nur wo du drauf gehauen hast, konnte ich den auch nicht töten mit der Axt. Ach. Komisch, ne? Dann hol ich hier zur Baseballschleer. Hab alles leer gemacht. Ja, dann nimm lieber den. Weißt du wie viel Verbände und so'n Scheiß ich hab? Neunmal Schmerzmittel. So, einmal die Häuser durchsuchen. Auch Überlebende. Na komm. Hier, Zombie-Dame. Zieh dich. Komm schon. Geht doch. Impfung. Oh, da hab ich auch zwei dabei, glaub ich. Oh, jetzt halt die Klappe. Oh, da hab ich auch ein paar Zubis geweckt. Oh, jetzt hast du's aber. Ja. Ich glaub ich hab ein paar Zubis geweckt. Oh. Oh. Ach, nischt. Oh. Da ist einer drin im Haus. Runter. Alter. Entfernungsmesser-Cricketschläger. Hier ist nichts mehr. Ist hier drüben schon? Ja, war ich schon. Oh. 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 Oh, da ist die, die überliegende Seite. Ne, ich geh wieder zur Mitte und dann... Da eigentlich die Feuerwehr noch da mitten. Oh, den Loothaus. Ist das immer? Einfach geradeaus. Das ist das Loothaus, oder? Ist das aber... Na ja, die Frage ist jetzt, ob's da auch Loot gibt. Ja, das sehen wir jetzt. Gehen wir erst vorher noch in die Post rein? Weiß schon, da ist nichts. Was? Äh, was ist denn hier das? Ein Paddel. Hinter dir, Zombie. China, wer? Mit mir nicht. Hinter Orca. Orca kackle ich auf die Fresse. Oh, hier, Polizei. Eins, zwei, drei, zwei. Hier noch einer. Geld. Komm. Also unten ist schon mal nichts. Oh, komm, der hat sich drin. Schau, links, ich schau mal rechts. Ich glaube, es ist nix fallen. Hier, irgendwie... Schaut das ganz schön leer aus. Ja. Oh, hier ist mir die Komite. Er hat rasiert. Komm mal her nach unten. Wieso? Ich hab zwei Zombies. Ah ja, kommen zwei Stück, das krieg's doch hin. Oh. Oh, jetzt ist Loot gespawnt. Schön. Noch mehr Verbände. Ach, das war doch. Das war doch. Das war doch. Das war... Ich geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Schaut ihr mal das restliche Loop aus ab. Ich geh mal ganz hoch. Ja. Hoch mit dir, na komm. Geh Dach. So, vielleicht hier irgendwas? Nee. Nö, nö. Kennt ihr noch den Song? Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Ey. Gehst du hoch. Nee, hier ist auch nichts. Aber vielleicht ist ja was. Auf dem Dach ist auch nix. Oder Dach? Ist ganz oben? Ich bin ganz oben. Und hier ist... Dach? Nichts. Hier ist nichts. Ein Hauch von nichts. Wunderschön. Wunderschön. So. Gehen wir als nächstes zur Feuerwehr oder wohin? Hinterauskrank. Ich bin schon unten. Aha. So, ich geh mal ins Restaurant, weil ich brauch was zu fressen. Vorausgesetzt hier ist was. Noch eine Limmodose. Dankeschön, ich hab schon eine Limmodose. Oh ja. Dosen-Thunfisch. Lecker. Ich hasse jetzt zwar Thunfisch, aber hm. Was soll's? Mal nehmen wir, was man kann. Daniel. Ich schon. Also, das Restaurant war auch schon mal besser befüllt. Hier ist auch noch... Oh. Ne, wo drei? Hab ich nicht schon eine dabei? Nein. Oh, was schmeiß ich denn weg? Oh, jetzt qual der Wald. Wenn man sterben wollte, wa? So ein 64er Magazin. Wofür? Wie viel Bison. Ey, das brauch ich, ich hab ne Bison. Na, hat Orca. Ja. Ey, bei der Feuerwehr, bei der Feuerwehr Auto ist ganz viel Verbände und so'n Zeug. Ey, wie viel Medizinchirom nicht? Komm. Oh. Ja genau, schmeiß mir mal das Magazin hin, bitte. Franz. Was sind das kleine Voodoo-Nebel-Light? Äh, das sind ganz viel Verbände und Penkeler und hast du nicht gesehen. Schmeiß mir das Zeug raus, komm schon. Äh, was willst du noch? Äh, was hast du noch? Eine M4. Was hätt ich hier noch? Was hättest du? Eine M4. Nö, nö. Fernklaus. Nö. Dankeschön. Das war's schon. Oh, Daniel kräftig am Muten, ey. Die Drecksau. Der lässt auch nix übrig. Hehehe. Da unten auf der Straße liegen ja noch Verbände. Ich hab zu viel Gewicht. Hier hinten ist ne Pistole. Pistole? Oh, hier. Auffau, Auffau. Jaja. So, was haben wir denn noch? Kann eigentlich nix mehr aufnehmen, bis zu paar Verbände, jo. Wir haben noch die Autos hier hinten, aber ich glaub nicht, dass da was ist. Ah, der Parkplatz, Mensch. Sollen wir mal durchfrosten, oder? Sollen wir's bleiben lassen? Nee, komm. Lass bleiben. Ah, der Daniel hatte ich ja schon wieder voll hier. Moment, ich bin nicht dran dennne. Vielleicht gibt's hier ja was schönes. Bitte. Bitte spiel. Im Skihotel? Im Skihotel, ja. Im Grand Prix Ski. Aber ich glaub's auch nicht, hier schaut's aus so leer aus. Komm noch, komm noch, komm noch. Die Penner haben sich wirklich fast nur darum gekümmert, wie der Loot in den Plöcken aussieht. Richtig mal ab hier. Der will net sterben. Anaconda, Anaconda, zwei Anacondas nebeneinander. Wenn einer auf lautes Schießen steht. Oh ja. Geil. Eine Axt. Mit, ja. Hier drüben. Auf der anderen Seite. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss nur kurz mal was tun. Daniel, kannst du kommen? Da vorne nähert sich schon wieder jemand. Hier ist ein Schocko-Riegel. Ähm, wie? Ja, bist du jetzt nicht hier in der Holzhütte? Da noch, äh. Du sagst, bei dir ist ne Anaconda, Daniel. Ja, geh auf der anderen Seite. Da sind zwei nebeneinander. Ich komm im Moment. Daniel, Hilfe. Ja, ich bin doch schon da. Oh. 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 Wesen schnell. Ich muss ganz dringend verbannte Anleer. Ja. Hast du doch, ne? Sie fiegt Licht. Verkackte Scheiße. Okay. Jetzt perfekt. So, die kann ich mal entnehmen. Wie, immer noch zu viel Gewicht. Verarsche. Ich hab zu viel Gewicht dabei. Lass mich mal hier. Ja, ich lass mal das hier dann. Nimm das hier auf. Mach mal zu viel Gewicht. Scheiße. Moment, ich muss das hier mal jetzt runterschmeißen. Ladestreifen. Das sah schöner aus, wo hier noch Schnee lag. Ah, jetzt hab ich wieder falsch aufgehoben, ey. So. So. Oh nein. Ich hab auch noch eine andere mitgenommen, ne? So. Äh, Daniel, komm schon hier. Da hinten ist Munition, Daniel. Ja, Krüger. Boah, das ist mir vorhersagen können. Was? Das ist mir vorhersagen können. Ich will ein bisschen Spaß mit der Anaconda haben. So, wart ihr schon oben? Ne. Okay, ähm. Was sagt denn die Zeit? Äh, 1824. Können wir eigentlich diesen Schlag kriegen? Mal machen wir bis 20, ne? Jo, jo. Ich geh mal hier raus auf den Balkon. Oder auf die Terrasse. Oh, hier ist, äh, hier ist ein Badabum-Rezept. Hier ist ein MP7. Äh, was für ein Rezept? Badabum. Der braucht Rezepte, Alter. Ich hab nie erschienen. Auf der Terrasse hier. Terrasse. Daniel, hier ist eine MP7 und unten liegen 40er Magazin für die MP7. Such's dir aus. Gar nicht auf den Plan, was das sein soll. Er will in die Hand. Komm hoch, du blöde, hechelnde Bade. Ob du's mitnimmst? Ich weiß nicht, ich glaub, ich kann das gar nicht tragen. Du hast gesagt, eine MP7. Genau. Und unten liegt noch ein Magazin dazu. Ey, ja, doch, kann ich noch aufheben. Und unten ist halt das Magazin. Ah, hier ein E-Boom-Magazin. Das, was ich jetzt für meine Waffe gerade brauche. Oh, jetzt find ich hier auch noch eine Uzi. Oh, verdammt nochmal. Das heißt... Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Oka, heil dich mal, du blutest. Werde. Hm? Na, nimm mal ein Fuh oder so. Oh, ist die lauter. Geil. Ja. Du, die schützt man auch unten rum? Unten rum? Nee. Jetzt nicht. Oh, Daniel, hier oben liegt eine Uzi. Ah, ich hab keinen Platz. Ich glaub aber, ich müsste jetzt so full sein. Mach mal's halt so. Äh, doppel... Jötika, hier, Orka zum Heilen. Ah, Verbände. Ah. So. Nochmal so, die Evo 3 kommt hier weg. Der findet nämlich doch die Feuerwehr-Axt. Und, 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 in Antibiotika und ich bin wieder so weit, die Taschenlampe, wäre ich nicht mehr mitnehmen. Sicherheitshalber. Alter, nicht hinter mir. Hilfe, Wendel. Und wieder unten? Die sind wieder aus dem Windschutzsprung. Ja. Mal wieder. Ah ja, stimmt, er kommt ja hier aufs Dach. Hier ist AK Munition. Aha, Hilfe. Ja, Oka schon, ja, Böde, bist du mal gut. Äh, ich komme wieder zurück, Kato. Ja, Oka. Oka schon, kein Problem. Kinder, wo in zu unterscheiden Stockwerk komme? Hehehe, ja. Habt nämlich hier wieder Freunde. Alles klar, Frosty Pines auch mal abgecheckt, hier ist auch nichts, also nichts von besonderem Wert. Ein Todorger. Was? Wer ist tot? Ah, Zombies. Daniel, hattest du nicht eine AK? Ne, ein Magazin dafür. Oh, ich hab auch noch ein Magazin. Also ein Hunderter Magazin und ein 30er, glaube ich. Ich hab nicht nur eine Taschenlampe, sollte Oka haben, wenn du Platz hast. Ich hab gerade ein anderes Problem als du. Die nächste Nacht? Ja, wo bist denn du? Was machst du nur da hinten? Äh, ich hab ein Zombies, äh, Du hast ein Zombies bei dir. Flipptau gehabt. Wohin? Ein Zombies hat er. Ey, ich bin ja aus dem Fenster gesprungen. Bis er eigentlich gleich unter Angruppe. Ich bin überladen, bis dem geht nicht mehr. Wahnsinn. Oh. Oh. Kannst du runterkommen? Oka. Ja. Ich muss mich erst verbinden. Also. Aus der Stadt rausbewegen. Sehr schön, danke, Daniel. Ey, hier ist ein A-Kog-Visier. Jawoll. Äh. Willst du es haben? Wo ist Oka? Ne. Komm. Ich bin auf dem Weg. Jawoll. Jawoll. Geil. Ich hab ein Visier. Der Kürbiskopf im Gesicht? Ja, ein sehr hässliches. Ja, ich wollte nur wissen, ob ich, ob das das Gesicht ist, äh, mit so spitzen Zähne, ne? Mit spitzen Zähne, ne? Alter, was ist nicht hier los? Alter. Hinter den Treppen sind Verbände. Wollte nicht so mitnehmen. Ich bin auch voll bis zum Brechen, ey. Wir brauchen bessere Rücksäcke. Da oben noch was. Ah, ja. Da hab ich schon noch was gefunden. Wieder so, äh, Rezept-Bing. Welche? Mhm. Ja. Ey. Was? Aua. Was? Ja? Deine Mutti. So, machen wir jetzt den Schnitt. Jetzt sind wir was bei 25 Minuten. Ja, komm, mach mal den Schnitt. Ich geh noch in das Haus hier. Ich möchte noch mal gucken. Na gut. Ich sag Dank fürs Zusehen. Wir sind zum nächsten Mal zu Infestation 2, was du hast. Dann müssen wir uns wohl lassen, als, ähm, Frostbinds. Vielleicht in ein, vielleicht in ein, mehr bewohnte Stadt oder, ich weiß es nicht. Weil hier ist echt, vielleicht auch Smallville ranzschleichen oder so. Ja, Smallville. Weil da keiner ist. Aber ist okay. ist mir egal. So, okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss.